Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und ab Sahnebisset, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Sie schmatzen und schmatzen, dann holen sie's sich, ja, oh yeah, nach Butterkring, Torte und Wien entsteht, ja, oh yeah, sie pusten und pusten, fast geht nichts mehr rein, ein Moorik auf höchstens, denn Ordnung muss sein. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, oh yeah, oh yeah, der Tod hat drei um sie dort abgesagt, oh yeah, oh yeah. Die hinterbliebenen Pfanne, verschmerzt keine Worte, die Sacher und Linzer und Marzipan-Torte, das letzte Liliane, getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Doch auch mit Liliane war schließlich vorbei, ah 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 ah, oh yeah. Sie kippen vom Stuhl in der Konditorei, ah 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 ah, oh yeah. Auf dem Sagersche Grenzen verzuckerte Torte, der Pfarrer begrüßt sie mit rührenden Worten, aus der Herrgott, aus der Herrgott den Weg in den Himmel, die Bahne. Aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne, noch ein Tässchen Kaffee, aber bitte mit Sahne, noch ein kleines Beseen. Aber bitte mit Sahne, noch ein kleines Beseen. Oder soll es vielleicht doch ein Krieg sein, aber bitte mit Sahne. Oder soll es vielleicht doch ein Krieg sein, aber bitte mit Sahne, noch ein Krieg sein. Oder soll es vielleicht doch ein Krieg sein, aber bitte mit Sahne. Oder soll es vielleicht doch eine увrik privacy haben. Oder soll es vielleicht doch ein Krieg sein, aber bitte mit martialisiertem spirituell Lewniere. Oder soll es vielleicht doch ein Krieg sein, also eine Kriegск Ollihebelklage? Better ist wahrscheinlich in der Linz von Lange drin.